Willkommen bei profischnapp.de hier im Schnäppchenkeller in Empfingen. Heute habe ich wieder was ganz Besonderes für Sie. Und zwar ein musteriges Schnäppchen von Willi Schillig. Eine Sofagarnitur zweiteilig mit zwei kompakten Sofas. Und Modell 17070, baugleich MR2875 in Leder Longlife Z5921. Ein Kundensternung, also der Kunde hat bestellt und vor Lieferung schon sterniert, aus welchen Gründen auch immer. Und deshalb ist dieses Schnäppchen unbenutzt bei uns. Nun, klassisch kubische Formgebung, sieht aus wie Konzerta, toller Sitzkomfort. Hier ein Bodeifederkern im Sitzkissen, eine Nossackfederung, unten im Gestell, also doppelte Federung. Sie sitzen hier richtig satt drin, nicht zu weich, nicht zu fest. Die Proportionen stimmen und Sie brauchen nur sehr wenig Platz. 1,72 Meter für das große Sofa, 1,40 Meter für das kleine Plus, ca. 90 Zentimeter Tiefe, weil ja die Ecke noch frei bleibt. Sie können die Sofas aber auch gegeneinander stellen. Ja, was kann ich noch sagen? Sie können hier natürlich auch wunderbar liegen. Sie haben einen Long-Life-Leder der Spitzenklasse, pflegeleicht, Männer geeignet, Hunde geeignet. Naja, für Tiere werden Möbel nicht gemacht, aber das ist sehr robust und Kinder geeignet. Sie brauchen nicht viel Platz, Sie haben eine unvergängliche Form, eine warme Farbe, die sehr schön zu Holz aussieht. Und einen super Preis, den kriegen Sie sonst nirgends. Abholpreis, Lieferung geht extra, machen wir aber auch mit Zwei-Mann-Spedition ins Wohnzimmer getragen. Schnappen Sie zu, wenn Ihnen das zusagt. Ich habe die Gruppe genau einmal. Schnappen Sie zu. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss.